Oh, das ist so emotional gerade. Besonders diese Musik. Oh, Gänseholt. Aua. Einfach mal hier rumspannen. Okay, zack, Entdeckung. Oh. Ich muss gar nicht besonders weit aus der Entdeckung raus, weil die Spaß geht gleich auf mich. Was? Ich dachte, meine Kameraden können sich wenigstens ansatzweise selbst verteidigen, aber ich glaube, das war eine Fehlentschätzung. Gäbenseholt. Dann wechseln wir doch gleich mal wieder auf die SVT. Ja. Wie viele hier sind. Aua. Aua. Ah, ich glaube, die ziehen sich zurück. Stellenweise. Wow, 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 wow. Entdeckung. Bleibt unten, haltet eure Köpfe unten. Was gibt denn die Kugel von mir? Ja. Oh. Okay. Das läuft doch schon mal ganz gut. Oh, 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 schlechte Idee, schlechte Idee, schlechte Idee. Hier, zack, wow. Rette mich, wow. Sondern warte ich bis das Boom macht. Okay, auf geht's, auf geht's. Los, 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 los. Zack, sterb. Der lebt noch. Dixer. Ne, ihr zieht euch ganz sicher Ups Ganz sicher nicht während meiner Schicht zurück Okay Die Granate war nicht mal ansatzweise weit genug geworfen Aber was zählt, ist der Gedanke Aua Das ging schnell Wie im echten Krieg Oh, bin ich hier wieder Bei dieser Overkill-Menschenansammlung Ich hole einfach mal das ganze Haus hier im Rauch ein Was auch immer das bringen soll Ich hoffe, dass der Kerl wieder gekillt wird Damit ich mir seine Munition mobsen kann Aua Okay Okay Jetzt gilt's Jetzt gilt's Aua Ah, fuck, fuck, fuck Nein, 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 nein Wow Oh, fuck Ja, der Move war schön Das müsst ihr mir lassen Das müsst ihr mir lassen Aua Dafür war der nicht schön Danke für den Potato-Masher-Spruch Okay, jetzt hab ich schon mit Okay Jetzt hab ich noch die Lebendig gewordenen Kartoffel-Männchen hier vorne Oh Oh Fuck An den verschwende ich nicht mehr Munition Wie schierig Okay, wo ist denn ein Engineer? Hier, ah, der Pimp hier Wir hier jetzt alle rumrennen Rumwuseln wie die Schweinchen Wow Bist du behindert, Kumpel Wow, das war ein sehr beeindruckender Selbstmord Get to safe distance Let's cool the vodka Truschpa Jett Wunderschön Da droppt meine Framerate gleich auf 17 Bilder runter Oh, die britische Kampagne has been unlocked Aber wir machen weiter in Stalingrad Stalingrad Stalingrad, 1942 German forces having reduced the city to rubble in a massive aerial bombardment Meet with heavy resistance as the Soviet Red Army throws its entire force into the defense of Stalingrad In the chaos of constant warfare, battle lines have dissolved The ruins of the city have been divided up into hard points surrounded by no man's land The German tactical advantage of the mechanized Blitzkrieg and its coordinated infantry and tank attacks Is rendered useless in the concentrated street fighting Threatened with execution if they retreat The Soviet troops have no choice but to push forward into the bloodbath Wie inspirierend Und wie widersetzen sie sich den Deutschen? Sie schmeißen Granaten vor die eigenen Füße Gehört er zu uns, oder...? Gehört er zu uns, oder...? Gehört er zu uns, oder? Also ich würd mal ganz fachmännisch sagen, dass wir da einen Machine Gun haben Und das unter Umständen ziemlich schmerzhaft werden kann Ah, Idioten. Das ging schnell. Hey, ich hatte zuerst die Idee, eine Granate zu schmeißen. Das ist gemein. Aua. Wichser, Wichser, Wichser. Wichser, Wichser, Wichser. Ich muss dazu sagen, ich kann eigentlich die Level alle auswendig. Also ich habe Call of Duty schon 9300 Mal durchgezockt, aber noch nie erfahren wird. Was? Boris Pollywoy? Achso. Ah, scheiße dir, scheiße dir. Sterb, sterb, sterb. Nein, nicht aufstehen. Das war schlecht. Wow. Fick dich. Ah, scheiße. Ah, schau mir da. Ah, scheiße. Ah. Also was echt fehlt, ist Granaten zurückwerfen. Wo kommen die denn alle her? Alter! Autsch! Alter! Alter! Wie viele da sind? Wie soll man da eine Chance haben? Okay, wo auch immer das jetzt herkam. Fuck, jetzt bin ich wieder hier! Ach, hätte klappen können. Ah, hätte wieder fast gekloppt. Das sind einfach viel zu viele Soldaten, das ist nicht mehr realistisch. Das ist fantastisch. Oh Mann! Warum werde ich immer so weit zurückgesetzt? Ich meine, ich könnte ja langsam und taktisch vorgehen, aber ich bin einfach gerade total ungeduldig. Vielleicht liegt es daran, dass ich Hunger habe. Deswegen mache ich mir doch was zu essen. Okay. Okay.